Wenn wir Deutsch sprechen, kühlen wir. Grüß dich. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo, ich heiße Mariko. Das heißt, wie heißt du? Ich heiße Reuter. Was machst du hier? Ich helfe gern. Wohin geht's dir? Wir gehen in die Klasse. Also tschüss. 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 Hallo, Laura und Katte. Nacht mit. Das Essen schmeckt mir. Mir auch. Das ist mir. Jetzt san ich ab. Yin nos La la la... La 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 la...